Was geht? Aber heute werden die da oben vielleicht auch sehr sehr wichtig. Das war ein Spaß YouTube. Das war ein Spaß Twitch. Bitte Twitch, das schneide ich raus. Das war ein Spaß Twitch. Aber vielleicht brauchen wir sie heute. Denn wir spielen heute das Spiel Project 3. 13. Ein Spiel, wo wir gewissermaßen, das ist vergleichbar mit Exit 8. Da habe ich auf dem Hauptkanal mal ein Video zu gemacht. Ihr seht schon, hier stapelt sich gerade ein Mensch. Was denn ich sagen wollte? Das ist ähnlich wie Exit 8. Wir haben Exit 8 vor einiger Zeit auf dem Hauptkanal gespielt und da geht es darum, durch einen gleichaussehenden Gang immer wieder durchzugehen und Unterschiede festzustellen. Ich habe eben schon gelesen, dass Gnu zum Beispiel dafür zwei Stunden gebraucht hat. Ich bin sehr gespannt, wie lange auch ich jetzt brauche. Deshalb, meine lieben Twitch-Zuschauer, schön, dass ihr alle live dabei seid und an alle YouTube-Zuschauer, falls ihr mal hier dabei sein wollt bei so einer Sache hier. Dann schaltet doch auf Twitch ein. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten gebt einfach stärzig auf Twitch ein. Let's fucking go. Seid ihr bereit, Chat? Seid ihr fucking bereit, Chat? Wo ist der O7-Spam? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, Chat? Ob ihr bereit seid? Seid ihr bereit, Chat? Let's fucking go. So, die Ärmel werden sich hochgekrempelt. Ihr müsst mir jetzt helfen, Chat. Aber nicht zu sehr. Okay, warte mal. Erstmal, ich glaube, meine, ich glaube, Graphics, Headbobbing, ich habe das Gefühl, dass die Auflösung nicht ganz stimmt. Aber ich glaube, es könnte auch Bullshit sein. Also, wir haben hier, ist das hier der Gang? Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Hi? Justin? Chat, wie wollen wir ihn nennen? Wie wollen wir ihn nennen? Oh mein Gott! Ich brauche Namensvorschläge im Chat. Ganz wichtig, ich brauche Namensvorschläge. Peter, Thomas, Walter, wie wäre es, bestätigt gerne mit einer Eins im Chat, wie wäre es mit, wie wäre es mit, ich finde Rüdiger gut. Wie wäre es mit Rüdiger? Seid ihr einverstanden? Hier ist ein Furrier. Perfekt. Dann nehmen wir Rüdiger. Hier sitzt, hier sitzt jemand und der hat irgendwas im Gesicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was genau das jetzt sein soll. Das ist Sibylle. Das ist Sibylle, ja, hast du recht. Sibylle und Günther haben wir jetzt hier. Dann haben wir hier so ein Ding. Also das Ding ist, jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir uns die Gänge einprägen, oder Leute? Ah, Max. Ja, das ist Max. Kugelfischi! Kugelfischi, vielen, vielen lieben Dank für die drei Monate Tier 1. Let's go! Kuss in den Chat. Kugelfischi, vielen lieben Dank für die drei Monate Tier 1. Let's go! Das war jetzt unser erster Durchgang, ne? Glaube ich jetzt. Das ist Rüdiger, ja. Aber der hier hat einen Schnurrbart, das ist Max. Das muss Max sein. Okay. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal das Spiel aus, Chat. Wir checken erstmal das Spiel aus. So, das ist jetzt der zweite Attempt. Wenn ich jetzt, oh, wenn ich jetzt sage. Okay. Stimmt. Ich schaue mir erstmal die Regeln durch. Also. Project 13. Please don't miss the anomaly if there is one. Okay, kriege ich hin. Report the anomaly when you leave your walk. No anomaly is found. Then don't report anything. After the 13th walk, you are free to go. Das heißt, wir gehen. Anomalies reported. 0 von 35. Das heißt, wir gehen hier durch. Müssen eine Anomaly reporten. Ich weiß tatsächlich nicht, was echt ist und was nicht. Wer ist er denn? Kalle? Kalle? Okay. Wir schauen uns nochmal um. Das ist doch safe an Anomaly, oder, Chat? Das ist doch safe eine Anomaly, oder, Right? Ja, das ist Kalle. Das muss Kalle sein. Okay. Das heißt, wir gehen hier hin. Anomaly report unit. Anomaly report unit. Ja. Es gab eine Anomaly. Boom. Das war richtig. Let's fucking go. Ruski. Alle mal den Ehrenmann Ruski im Chat begrüßen. Ansonsten wäre ich richtig fuchsig. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Anomaly. Die Frage ist jetzt für mich nur, war es das schon oder kommt da noch mehr? Ich glaube, by the way, ich kann mich mal ein bisschen größer machen. Ich glaube, in dem Spiel ist es nicht so wichtig, dass ich nicht so viel verdecke. So ist besser, oder, Chat? Ja. Ja. So. Was haben wir hier? Okay. Er ist gleich, glaube ich. Kalle liegt da. Hier hat wer gehustet. Gehustet jemand, Chat. Wer hustet. Macht sie den Sound? Macht sie den Sound nach, Chat? Ich bin mir so unsicher gerade, was hier jetzt... So, Max steht auch hier. Max lächelt nach wie vor. Frisch gewischt. Ich würde sagen, hier gibt es jetzt keine Anomaly. Oder, warte mal. Ich glaube, hier ist alles richtig. Was denkt ihr, Chat? Warte, wir brauchen eine Mechanic. Wir brauchen eine Mechanic. Ich glaube, immer wenn wir hier drüben ankommen, Chat, immer wenn wir hier ankommen und ihr denkt, es gab eine Anomaly, schreibt ihr zwei. Wenn ihr denkt, alles bis hierhin ist safe, schreibt eins. Oder alles ist normal, eins. Wenn nichts normal ist, zwei. Okay, ich vermute, dass alles normal war. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal durch. Fuck! Das kann ja was werden. Svenja, danke für die 100 Bits. Let's fucking go. Okay. Alles ist normal. Ich schaue auf die Bilder. Wir haben hier vorne ein Herzposter. Wir haben hier rechts gar nichts. Hier ist ein Mann, der einen Hund anpingt. Nein, es ist ein Kind. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Mann, der... Warum hörst du nicht auf den Chat? Weil ihr mir ja alle spoilern würdet. Ihr kennt ja teilweise das Spiel. Ich möchte nur eure Meinung hören, dass ihr mitraten dürft. Weißt du, was ich meine? Okay. Hier ist ein Feuerlöscher. Der Typ sieht immer noch fucking müde aus. Kalle geht's gut. So, was ist mit ihr hier? Der geht's, glaube ich, auch geht... Tim Beam. Einmal Kuss in den Chat an Tim Beam für sein Tier 1. Let's fucking go. Guck mal, hier ist ein dunkler Raum. Hier steht ein Sessel. Ich habe auch keine Taschenlampe oder so, ne? Nicht, dass ihr... Achso, hier ist wieder eine alte Tante. Okay. Der geht zurück. Das scheint auch normal zu sein. Hier ist ein Feuerlöscher. Hier ist... Ich glaube, hier durch. Können wir nicht gucken? Okay. Was ist mit Max? Max steht hier und lächelt. Guck mal, Max geht's gut, ne? Der ist doch, wie er sonst auch immer ist. Das ist das... Es ist wie Exit 8, ja. Es ist nur Project 13, heißt es. Ja, Max geht's doch gut. Der ist doch gut. Es ist nicht wirklich Horror. Es ist eher so ein Rätselding. Aber auch ein bisschen creepy wahrscheinlich. So. Hier ist eine Tür. Und hier ist ein Bär. Das ist der Allergo-Block. Block Allergies. Enjoy the summer. Ich denke 1, Chat. Was sagt ihr? Ich denke 1, 1, alles normal. Nicht vergessen, Leute. Wenn wir hier angekommen sind, an dieser Stelle, dürft ihr im Chat mitraten, ob 1, alles ist normal, 2, Anomalie. Okay. Ich denke auch, alles ist normal. Bin mir ziemlich sicher. okay neuer versuch okay das herz ist hier hier sind blumen müssen uns halt nach und nach jetzt alles einprägen leute hier ist mordor blumen hier ist der mann der den hund anpisst ich höre was ich höre was warum ist das so laut das war doch eben nicht so laut oder ist das jetzt schon eine anomalie kalle geht es auch gut ich glaube das könnte schon ich glaube das könnte jetzt schon falsch sein hier ist bruchtal die oma die schreit auch wieder rum let's go ok dunkler raum ok hier ist wieder die tante elder care for the best years of your loved ones ok ich würde sagen maximilian was denn los hast du den loot im raid nicht bekommen oder was ach du scheiße ja damit ist glaube ich klar für mich eine klare zwei ja für mich eine klare zwei chat let's go so loved ones mülleimer blume mordor sitze blume mann der mit hund geht stühle man muss sich so langsam alles einprägen meine damen und herren ja so kalle was los kalle geht es gut dann haben wir hier dem jetzt auch gut station 18 was stand das da eben schon die ganze zeit war das eben auch schon station 18 chat ok was ist das hier wieder bruchtal das sieht aber auch normal aus so was ist denn los junge dame du machst wieder vogelgeräusche oder wie ist das ok dunkler raum da erkenne ich jetzt aber auch nicht viel das sieht für mich auch alles fein aus blume genau ticker max geht es wieder gut ist da wackelt was oder war alles ok ich habe ich habe nur meine stimme ich habe euch ja erzählt dass ich gerade ein bisschen schnupfen habe oder ich habe nur ein bisschen meine stimme versucht zu aufzuwärmen weil die natürlich auch ein bisschen belegt ist war total easy für mich moin max was ist denn hier eigentlich thank you please collect your change ok hier ist diet soda drin i think hier ist eine tür ist wieder der teddy bear ok zwei das war denke ich jetzt mal eine anomalie würde ich jetzt mal ganz stark behaupten alter ja baba alright so let's go let's go chat by the way können wir glaube ich das hier wieder ein bisschen nach oben machen und der hier ne der bleibt so aber jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr bein und armfreiheit sobald es hier und hier kanten gibt leute schreibt es gerne in die kommentare oder hier in den live stream chat ja nicht dass wir hier eine greenscreen kante irgendwo haben aber ich glaube es sieht alles fit aus boh ok wir haben eine pflanze wir haben ein herz love health love health help ich dachte erstmal vielleicht könnte da irgendwie hell oder sowas stehen so hölle mordor ähm mordor strong immune system middle load auch perfekt alles gut so kalle alles gut wer hustet hier hier ist bruchtal hier ist jetzt alles fit geht's ihnen gut geht's ihnen gut geht's ihnen gut das ist das wie in der u-bahn ja hier ist das ok ich glaube leute ich glaube hier ist nix warning slippery surface thank you please collect your change er sieht auch gleich aus ich sag eins ich sag eins chat was sagt ihr also eins bedeutet für alle die die grad neu zugucken eins bedeutet wir haben keine anomalie entdeckt ich denke es ist eins oh oh ok mit etwas glück kommen wir bald schon durch love health mordor so dann haben wir hier die person die den hund anpisst ok bisher alles stabil oder leute jetzt ist das schon wieder an das ist doch auch nicht normal oder aber es ist ja sonst nicht so fuck kalle na alles gut ich will auch mal gucken weil eigentlich habe ich 4k quality kann ich nicht irgendwo die die auflösung einstellen chat ich würde halt gerne die auflösung einstellen aber ich glaube es geht nicht ok er liegt dort und hat die zeit seines lebens kalle geht es gut station 18 das ist geil jetzt haben wir hier bruchtal der vogel ist weg ok ok wisst ihr was sie gerade macht chat einmal kuss in den chat für sie einmal kuss in den chat für sie einmal kuss in den chat für sie ha 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 oh mein gott ha 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 alrighty in der hinsicht ne ok also wir haben auf jeden fall eine anomalie da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter gucken Junge er sieht auch verflucht aus Max gehts gut der hat geschlafen der hat sich vom 24h stream erholt hier ist alles easy 2 definitiv 2 2 in den chat report ja sie hat ja immerhin am vogel genuckelt so hi ok es geht weiter love health help mülleimer pflanze mordor ist richtig person die den hund anpisst alright shani danke für deinen beitrag für die road to 2900 und letzten endes 2000 äh 3000 vielen vielen lieben dank kuss an dich ok kalle gehts gut kalle daumen nach oben warme für mich alles gut kalle sehr schön station 18 mental health unit bruchtal äh hier gehts gut hier gehts gut sie macht auch den mund weiterhin auf right ja er macht sein ding sooo hier in dem raum ist alles stabil glaube ich ich sie hat einen kuchen perfekt hier ist max max gehts auch gut er lächelt ne ok ok so thank you please collect your change das hatten wir eben auch ich glaube 1 chat was denkt ihr ich glaube 1 ich habe nichts gesehen ich hoffe ich glaube es ist ich glaube es ist die 1 negotiated glaube ich oder? Ich habe jetzt nichts gesehen. Hatte er vielleicht andere Schuhe an oder so? Ich möchte nur sicher gehen. Ich möchte nur sicher gehen. Was war das für ein Geräusch? Hier war gerade irgendwie so ein Darth Vader Soundchat. Nee, okay. Alles gut. Ich gehe durch. Ich... Sü! Kuss. Kandaloni nochmal. Und Sassi-Chan. Vielen lieben Dank für dein Tier 1 Sub. Einmal Kuss in den Chat. Grobbelschwopp. Einmal nochmal Kuss in den Chat für den Prime Sub vom Grobbelschwopp. Vielen lieben Dank. Alright. Wir sind schon auf Ebene 6. Wir müssen glaube ich 13 erreichen. Nicht vergessen, Leute. So, wir haben 4 von 35 Anomalies reported. Okay, wir gehen rein. Love, health, help. Okay. Mhm. Hier ist Mordor. Hier ist ein Typ, der den Hund anpisst. Er ist hier. Er geht ganz normal. Glaube ich. Er sieht normal aus. Denke ich jetzt mal so. Kalle. Alles gut? Honeybee. Honeybee. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Tier 1 für 6 fucking Monate. Honeybee. Vielen lieben Dank für dein Sub für 6 fucking Monate. Dankeschön. 6 Monate im Voraus hat sie bezahlt. Mein Gott. Dankeschön. Bruchtal. Station 18. Hier ist unsere junge Dame hier, die eben am Vogel genuckelt hat. Hier ist der dunkle Raum, der mir ziemlich dolle Angst macht, aber an sich nicht schlimm ist. Health Care 85, Roba Care, Elder Care for the best years of your loved ones. Perfekt. Max geht's gut. Glaube ich. Ja, Max scheint's gut zu gehen. Schau mal, er zappelt ziemlich, oder? Geht's ihm gut? Hm. Geht's aber gut, ne? Ja. Hm. Ich glaube, aber ihm geht's gut. Okay. Please collect your change. Ich sage... Ich sag 1. I believe. War's vielleicht wirklich? War's vielleicht wirklich, weil er gezittert hat, Chad? War's vielleicht wirklich, weil er gezittert hat? Fuck! Oh, jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen. Scheiße. Mordor. Mordor. Tür. Er. Kalle. Geht's gut? Fuck, ey. Scheiße. Hier sieht's gut aus. Wald. Ach, der zittert. Nee, der zittert doch immer. Der zittert. Nee, der zittert ganz normal. Vogelfrau, hab ich nicht gecheckt. Nee, passt. Ich glaube, hier ist alles normal. Fuck. Stimmt, kann's irgendwie sein, dass die Bilder vielleicht verschwinden auch mal oder so? Weil hier ist jetzt so ein, hier ist so ein Wald. Den dürfen wir nicht vergessen. Hm. Mülltonnen. Könnten wir auch überprüfen. Try to collect your change. Okay. Kann's sein, noch... Ja, ich geh mal durch. Perfekt, haben wir. Das war jetzt clean. Okay. Wir gucken jetzt alles. Long health help. Da seh ich nix. Mordor. Wir haben den, hier den Brä. Okay. Scheiße. Ich bin durchgegangen. Och, man. Ich hatte so Angst. Ich bin durchgegangen. Ich hätt reporten sollen. Warum sagt denn von euch niemand was? Och, Leute. Ihr seid schuld. Nicht ich. Och, Dicker, Mann. Kalle geht's gut. Bruchtal. Hier geht's gut. Zack. All right. Baba, Baba. Ach, das gibt's doch alles nicht. Der ist ein bisschen am ausrasten. Hier ist nix. Change. All right. Ich sag eins. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Leute, wo seid ihr? Okay, ich bin zu schnell, Leute. Ich muss mich entspannen. Ich muss mich entspannen. Okay? Ich muss mich entspannen. Okay. Einmal tief durchatmen. So. Zack. Zack. Blume. Mordor. So. Guck mal. Blume. Blume. Kind, das pinkelt. Ich hab das Gefühl, ich kann ja auch mal die Decke checken, ne? Ob hier vielleicht irgendwas an der Decke steht oder so. Ich weiß doch auch nicht. So. Er hat Schuhe an. Er geht normal. Er geht da normal. So. Hier zum Beispiel. Da ist ein Feuerlöscher. Mehr aber auch nicht. Hier ist Kalle. Kalle geht's immer noch gut. Station 18. So. Bruchtal. Ja, verstehe ich. So. Hier ist nichts Neues. Moin. Elder care for the best years of your loved ones. 85. Hier müsste dann das sein. Blume. Mülltonne. Hanno. Hanno. Der zittert nämlich ein bisschen. Hier ist eine Bank. Dings. Alright. Zack. Warning. Slippery surface. Boom. Be fresh. Crash. Okay. Das sieht für mich clear aus. Was sagt ihr? Ich glaube, es sieht clear aus. Ich glaube, das ist tatsächlich clear. Mir ist jetzt gar nichts aufgefallen. Hier haben wir eine Block allergies. Okay. Boom. Bam. Hier ist eine Tür. Okay. Let's go. Let's fucking go. Okay. Next one. Easy. Easy. Lecker Fleisch in meiner Hand. Leute, noch 25 Subs. Dann sind wir bei den 2900. Ich will es ja nur sagen. Na? Ich will es ja. Ich will es ja nur sagen. Na? So. Jetzt ist das Fleisch hier weg. Steht. Blume. An der Decke ist nichts Besonderes. Let's go. Danke für deinen Prime Sub. Let's fucking go. Endmann. Nee, nee. Road to 3000. Ja, aber jetzt ist ja gerade das Ziel noch 2900. Simple. Danke für deinen Prime. Let's fucking go. Mordor. Strong Immun System. So, der. Okay. Er. Hat er irgendwas? Geht's ihm gut? Ihm geht's gut? Gut. Also, ne? Dementsprechend. Also, ich würde mal fast behaupten, ihm geht's gar nicht gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, Kalle. Alles gut bei dir? Hatte der schon immer Schuhe an, Chat? Hatte der schon immer Schuhe an? Ich glaube, ja, ne? Ja, ne? Jule Foxy. Vielen, vielen Dank für deinen Tier 1 Sub. Kuss in den Chat. Let's go. Ich glaube, ja. Und wenn, dann werden wir es gleich sehen. So, was ist mit dir hier? Alles gut? So, den Vogel lässt du bitte aus deinem Kiem raus, ja? Willst du mein Baby Kiem? Hm? Im Wald. Ist auch nichts Besonderes. So, Hanno geht's gut. Ihm geht's gut. Gucken hier nochmal in die Säcke rein. Health Unit. Danke für deinen Prime zweiten Monat an Schamala Bing Bong. Let's go. Wer hustet denn hier? Das ist auch nochmal, wa? Jule Foxy. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe, aber vielen Dank, Kuss. So, Max, dir geht's gut. Thank you. Please collect your change. Be fresh. So, let's fucking go. Hier ist ja nichts Besonderes. So, dem geht's aber gut. Ich glaube, der ist fein. Ich glaube, wir sind fein, Chad. Ich glaube, wir sind fein. Ich glaube, wir sind fein. Ich glaube, eins. Was denkt ihr? Eins oder zwei? Richtig oder falsch? Ich glaube, wir sind richtig. Let's go. GG ist in den Chat. Let's go. Okay. Boom. Bam. Okay. Mhm. Mordor. Mhm. Alright. Hier sieht auch alles stabil aus. Habe ich recht, Leute? Okay. Kalle. Alles gut? Kalle, geht's gut? Was wird denn gesucht? An alle die, die neu eingeschaltet haben, haben gerade hier auf Twitch. Ich muss in diesem Spiel durch diesen Gang gehen und das zig Male und muss bei jedem Durchgang irgendeinen kleinen Fehler finden oder halt auch nicht entdecken und dann am Ende des Gangs entscheiden, ob es in dem Gang einen Fehler oder etwas anderes gab als, ne, normalerweise. Also wir müssen ganz genau hingucken und ganz genau darauf achten, ob wir hier irgendwelche anderen Fehler entdecken. Das ist das Spiel. Basically. Okay, das passt. Okay. Das passt. Habt ihr es verstanden, Chat? An alle die, die es noch nicht verstanden hatten eben. Habt ihr es jetzt gecheckt? Hä? Habt ihr es verstanden, Chat? Habt ihr es in eure Birne eingetragen jetzt? Wie in der Grundschule. 18 ist richtig. Hier ist der Vogel. Sie hatten da völlig gebraucht. Waste LP! Was soll ich sagen, Wasty? Mein kleiner Wasty. Dankeschön für deine 5 Gifted Subs. Noch 15, Chat. Dann sind wir bei unserem Abo-Ziel. Dann können wir endlich auf die 3000 zugehen. Let's go! Kollege. Welche Farbe hat deine Unterhose? Hä? Modus 7! Let's go! Let's go! Modus 7! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine 10 Gifted Subs und Joule Foxy. Danke für deine 5. Und damit, Freunde, sorry an die YouTube-Zuschauer da draußen, die bekommen das gar nicht mit. Ihr würdet die ganze Scheiße mitbekommen, würdet ihr auch im Stream sein. Danke für die 5 Gifted Subs. Damit sind wir. Und damit einmal GG's und O7 an alle Sub-Gifter und Subs hier im Chat, meine Damen und Herren. Und RVO-CS, ich hab mich nicht übersehen. Danke für deinen Sub. Für deinen Solo-Sub. O7 an alle, meine Damen und Herren. Wir haben die 2900 Subs erreicht. Und damit ist jetzt Road Road 2 3K. Meine kleinen, ekligen, ranzigen, aber irgendwo auch süßen Zuschauer. Okay, wir gehen ein neues Ziel an. Jetzt steht die 3 vorne, meine Damen und Herren. Das wär absolut insane. Let's go! Let's go! Let's go! Sub-Count geht hier auch hoch. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ich sag euch, wie es ist, meine Damen und Herren. Jetzt wird's ernst. GG's. Wollen wir weiterspielen? Cool. Let's go, guys. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Gifted Subs, für euren Support. Chat, ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Was soll ich sagen? Älter K... Älter K... Sieht normal aus. Yo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sieht's normal aus. Okay, das sieht normal aus. Geil. Wir haben das nächste geschafft. GG's. O7, meine Damen und Herren. Let's go! Let's go! Let's go! Feuerlöscher, Mordor. Zack. Okay, guys. Ey, geil. Was heißt O7? Naja, wenn du ein kleines O und eine große 7 machst, Chat, dann seht ihr hier oben wird das zu einem E-Mode mit 7TV. Dazu braucht ihr aber auf jeden Fall 7TV, die Browser Extension. Und ihr braucht ein Follow, ne, auf diesem, äh, Kanal, was soll ich sagen. Ihr müsst ja auch alle reinfolgen. So, Kalle, den ganzen Tag hast du noch nichts gemacht. Den ganzen Tag. Was ist mit dir, Kalle? Musst du wieder deinen Schlafrhythmus fixen, oder was ist los? Okay. Wir haben hier, was ist das nochmal? Äh, wie haben wir das genannt, Chat? Scheiße. Wie haben wir nochmal das, wie haben wir das nochmal genannt, Chat? Komm, hilf mir auf die Sprünge. Bruchtal. Let's go. Okay, das Bruchtal. Wir haben Station 18. Ey. Sepp, in dem Sinne, meine Lieben, hier haben wir Tier 1 Zap, ne? Der heißt Sepp. Sepp.de 2000. 38 Monate Tier 1 Zap. Das sind mehr als ein halbes Jahr. Das sind ein paar Jahre. Oh, sie, sie wirkt sehr, sehr müde. Sie wirkt sehr müde, aber sie wirkt nicht, als wäre sie anders als sonst, bin ich ehrlich. Hier sieht's auch in Ordnung aus. Okay. Einfach mal einen Blick auf dem Flur haben. Eldercare for the best years of the love ones hab ich. Moinas. Okay, der hat dieselben Schuhe, das passt. B, Sammy. In dem Sinne, vielen Dank für dein Prime. Let's fucking go. Danke dir. Alter, Bro. Insane. Wir haben ja die Frau nochmal genannt. Ich glaube, Sybille. Der zittert vor sich hin. Das ist fein. Max, geht's also gut? Die Surface. Ich glaube, das Bild ist auch da. Der geht's gut. Hm. Ja, guck mal hier. Please, thank you, please collect. Also, ich würde fast sagen, Chat, dass das eine klassische Eins ist. Ich glaube, wir dürfen durch. Ich würde jetzt aber als Test nochmal ganz kurz gucken, ob uns irgendetwas auffällt. Ob wir... Ja, der scheiß Vogel hier, ne? Sind die Augen von der Oma nicht offen nochmal? Also, die sind ja offen. Die sind offen. Schau. Die sieht nur ein bisschen müde aus. Die sind offen. Bei dem geht's gut. Ich glaube, es ist eine klassische Eins, Chat. Ich glaube, es ist eine klassische Eins. Bin ich mir fast sicher. Ja, wir gehen durch. Juh! Okay, wir sind wieder bei 5, Chat. Wir sind wieder bei 5. Alrighty. We are there for you. Peace. Mordor. Der Brä. Kalle, bitte. Bitte mach doch endlich mal was, Kalle. Du liegst da nur rum. Er hat ein rotes Auge, Chat. Er hat ein rotes Auge. Und ein schwarzes, glaube ich sogar. Let's go. Er hat ein rotes Auge. Ihr geht's aber gut. Er hat ein rotes Auge, Chat. Hier sieht auch alles cute aus. Okay. Let's go. Er ist schon ziemlich belohnt, ne? Ist schon ziemlich belohnt, wenn man, ähm, wenn man sowas dann entdeckt. Irgendwie. 6. Easy. Seid ihr bereit? Nächster Gang. KalleWeeTV, herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Und Shadowbring, G, Shadowbringer Robin, danke für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Und Maxi Kings, herzlich willkommen. Finger mit 6 oder 7 I, dankeschön für dein Follow. Und herzlich willkommen im Stream. Und Sarah und so, dankeschön für dein Prime Sub. Let's go. Let's go. Der ist ein bisschen schnell, kann das sein, Leute? Der ist ein bisschen schnell, kann das sein? Ja, 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 ja. Der ist ein bisschen schnell, Freunde. Er slidet, als wäre er hier, wie nennt man den? Nicht Keanu Reeves? Tony Hawk. Er muss los. Wings da, dankeschön für dein Tier 1. Wir gucken aber trotzdem nochmal, ob wir hier irgendwas entdecken, zusätzlich. Wir wissen ja ziemlich sicher, dass es jetzt eine 2 ist. So, sie, ihr geht's gut. Station 18. Ja, Kalle hat ein großes Problem. Aber das wissen wir ja schon. Ja, easy, wa? Okay, let's go. So, Sarah. Und so, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine 5 fucking Giftezapps, Sarah. Herzlich willkommen. Und können wir alle mal Guacamole111 im Chat begrüßen mit nem schönen Moin oder mit nem schönen Hi-Emoj. Emoj. Ich wollte schon Emoji sagen. Quinch. So. Okay. Alles klar. Er geht auf jeden Fall viel zu schnell. Let's go. 7. Easy. Wings da, ne? Danke nochmal. Alright. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei in Folge, die nicht gestimmt haben. Danke für dein Prime, René. Kuss auch an dich. Alter, ich muss die ganze Zeit diesen blöden, weil ihr so hart am Eskalieren seid mit euren Subs. Aber ich find's geil. Mittlerweile tut ein bisschen meine Zunge weh, weil ich immer so den hier mache. Aber alles gut. Ich warte auch noch darauf, dass hier was steht, Chat. Ich warte noch darauf, dass hier irgendwas ist. So, was ist mit ihm? Der war jetzt die letzten paar Male war der im Arsch, aber ihm geht's, glaube ich, jetzt gerade gut. Hier ist Mordor. Danke für dein Prime Green. Let's fucking go. Herzlich willkommen in der Gruppe. So, Kalle. Du musst jetzt mal was machen für mich hier. Bruchtal. Station 18. Wie sieht's hier aus? Geht's dir gut, junge Dame? Okay, ihr geht's... Naja, was heißt, ihr geht's gut, ne? Also, ich sag mal so, sie... Nee, Rüdiger geht's generell nicht so gut, Chat. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Okay. So, Max. Hier alles gut? Geht's dir gut? Bist ein bisschen am Zittern, ne? Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Alright. Nee, die Augen waren auf, Chat. Die Augen waren auf. Ich hab's geguckt. Thank you. Please collect your change. Hier sind normale Sodas drin. Das stimmt, das stimmt. Ich vermute 1. Ich sag 1, Chat. Aber sicher können wir uns grad nicht genau sein. Ich sag aber ganz grob 1. was sagt ihr? Ich hör halt so ein paar Geräusche, als würde irgendjemand was fallen lassen, irgendwie einen Gang, äh, einen Gang weiter. Ihm geht's gut. Ich glaube, es ist 1. Es ist jetzt natürlich risky, aber die Tür ist zu, der Blumendings ist da. Ich glaube, es ist eine 1. Ich glaube, es ist eine 1. Ja. Ich sag 1. Das Licht flackert doch im dunklen Raum. Nee, das ist ein Grafik-Bug, der hier immer flackert. Den hab ich jetzt schon die letzten Male die ganze Zeit gesehen. Okay, Chat. 1. Eingeloggt. Ich geh durch. Ich geh durch, ohne zu, ohne mit der Wimper zu zucken. So, verpiss dich mal auf hier. Okay, mir geht's gut. Dr. Matt Rasen. Moin. Okay. Let's go, Chat. Let's go. Let's go. Easy, easy, easy in den Chat. Easy in den Chat. Okay, Herzbild haben wir. Blume. Mordor. Hundebild. Alles in Ordnung. Soweit. Soweit, ne? Heißt nicht, dass es wirklich in Ordnung ist, Chat. Hier ist alles okay. I think. Geht's Ihnen gut? Also, ne? Den Umständen entsprechend. Ihm geht's, glaube ich, gut. Das ist sowas wie Exit 8. Ja. So, Kalle. Was los, Kalle? Hä? Ich kann nochmal ganz kurz beschreiben, worum es geht, Leute. An alle, die die neu eingeschaltet haben. Dieser Gang hier, durch den muss ich zig Male gehen. Also, wir gehen die ganze Zeit durch diesen Gang durch. Bei jedem Gang gibt es aber eine Chance, dass irgendetwas in diesem Gang nicht ganz normal ist. Wenn ich etwas entdecke, was nicht ganz normal ist, gehe ich ans Ende von dem Gang und muss das angeben. Erst dann darf ich weiter. Wenn es falsch ist, fangen wir von vorne an. Wir müssen 13 Mal in Folge müssen wir die richtige Entscheidung treffen. Basically. Okay. Easy. Hier sieht alles auch normal aus. Sie sieht wieder ein bisschen verschlafen aus, aber das ist normal. Ich glaube, das Blutbad war hier in einer von den Türen hier. Okay. Aber es sieht alles in Ordnung aus. Sie ist hier 85. Hier ist der Wald. Der Wald sieht auch normal aus. Es gibt schon Jumpscares, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keine gibt. Bin ich ehrlich. Es gab schon welche. Ja. Es ist alles ein bisschen deprimierend. Max steht auch hier drin und er lächelt mich nur an. Den ganzen lieben langen Tag. Also so ganz bin ich dem jetzt nicht geheuer, was hier gerade passiert. Bin ich ehrlich. Okay. Wir haben jetzt noch die Chance. Warning. Slippery surface. Thank you. Please collect your change. Das ist alles normal, right? Ich... Ja! Ah! Okay. Okay. Wir haben neun in Folge richtig, Chat. Wenn wir jetzt etwas falsch machen, wenn wir jetzt etwas falsch machen, ist das schon richtig kacke. Wenn wir jetzt was falsch machen, dann gehen wir halt wieder auf null. Das wäre bescheuert. GG ist in den Chat. GG. GG. Okay. Wir bleiben drin, Chat. Wir bleiben drin. Mordor. Hund. So, geht's ihm gut? Er sieht für mich normal aus, Chat. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist, glaube ich, auch alles normal, oder? Ich glaube, hier ist alles normal. Kalle, jetzt beweg dich doch mal. Du bist den ganzen Tag in diesem Bett. Du machst nichts. Du machst gar nichts, Kalle. Du liegst da einfach nur. Blume. Bruchtal. Die kloppen sich halt alle. So, jetzt ist sie hier. Mit dem Vogel. Vorhin hat sie an dem Vogel schon mal gelutscht. Freunde. Falls ich nicht eingeschaltet habe vorhin. Vorhin hatte sie dem Vogel schon im Mund. Der Vogel hatte keinen Kopf mehr. Hat sie schon angeknabbert. Hier ist alles okay, wa? Sieht zumindest alles okay aus. So, die alte Tante hier, die ist auch happy. Der Wald ist da. Da steht Max schon. Der sieht schon wirklich sehr breit aus. Max, hast du was gesehen? Bisher, ehrlicherweise, nichts Besonderes entdeckt. Das würde ich nicht so sagen. Die hat halt Hand in der Hose. Ja, naja. So, laja, machen wir. Slippery Surface ist auch richtig. Müll. Thank you. Please collect your change. Mhm. Boah, Chat, ich sag eins. Ich sag, hier war nix. Was spielst du denn hier schon wieder Schönes? Äh, Solvay, das ist wie dieses Exit 8. Man geht durch den Gang und muss wieder irgendwelche Unterschiede feststellen. Genau dasselbe Prinzip. Aber wir sind gerade schon sehr weit. Ich sag, es ist eins. Ich sag, es ist eins. Ich glaube, es war nichts Neues. Oder nichts anders. Hatte die Vogeltante in einem Pullover an? Ich glaube nicht. Scheiße. Steht bei der Cola so da? Ja, ja, aber das ist, glaube ich, nichts. Das ist nicht normal, oder? Ich hab das eben nur hier im Augenwinkel gesehen. Lol. Aber war das vorher schon da? Nee, ne? Das war vorher noch nicht da. Safe nicht. Oder? Nee. Jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube aber nicht. Ja! Das gibt's doch alles nicht. Wie viel haben wir denn schon? Neun von fünfunddreißig, Alter. Meine Fresse. Okay. Mordor. Hund. Kalle. Was ist los, Kalle, hä? Okay. Alles ist in Ordnung, Chat. Gnu wünscht dir viel Spaß bei dem Game. Ja, werde ich... Ey, hab ich schon. Bin ich ehrlich. Ihr könnt Gnu gerne ausrichten. Ich hab den Spaß meines Lebens. Ihr könnt Gnu wirklich gerne ausrichten. Ich hab den Spaß meines Lebens gerade. Es ist so geil. Sie sagt, es wird schwierig. Naja, also ich sag euch, wie es ist, Chat. Ich bin schon bei 10. Also wir haben nicht mehr viel vor... Wir haben es geschafft. Es kann natürlich jetzt auch mit einer Entscheidung ganz nach hinten losgehen, ne? Aber... So, Max geht's gut. Der steht hier und lächelt. Nachdem er jetzt fast 24 Stunden Dings gezockt hat. Thank you. Please collect your change. Easy. Mein Schatten. Easy. Das ist easy. Allergies. Ja, hier war eben... Hier war eben der Fleck. Okay. Ihnen geht's gut. Ich hätte jetzt eins gesagt, Chat. Ich würde eins sagen. Ich gehe nochmal ganz kurz grob. Ganz grob drüber. Normal. 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 Er sieht halt genauso abgefuckt aus wie immer. Er hat wieder seine Hand in der Hose. Kann eigentlich beim Vogel was anders sein? Der ist derselbe. Bei ihr ist auch alles normal. Bei ihr ist auch alles normal. Ich glaube, es ist eins, Chat. Ich glaube, es ist eins. Die Finger, oder nicht? Nee, die Finger sind die ganze Zeit so. Die Finger sind die ganze Zeit so. Tatsächlich. Ja, ich sag eins. Es sei denn... Es sei denn... Max hat Voldemort auf dem Hinterkopf. Maxi Kings. Einmal alle Kuss in den Chat sagen. War es nicht die andere Hand? Nee, es war alles richtig, glaube ich. Okay. Chat, ich glaube... Ich glaube, das ist eine klassische Eins. Ich glaube, das ist eine klassische Eins. Drück die Daumen. Drück die Daumen. Komm, jetzt alle das Let him cook Emote. Und wenn es richtig war... He cooked. Okay, ich gehe jetzt durch. Ich gehe jetzt durch. He cooked! Let's go, Chat. Let's go! Noch... Ey, Leute. Noch 88 Subs für die 3K. Wir könnten es heute erreichen, wenn jeder seinen Prime Sub nutzt. We are there for you. Love, Health and Help. Kalle? Kalle? Kalle, bist du's? Ich würde einfach vorrennen. Ich würde einfach vorrennen. Ich würde einfach vorrennen. Max, geht's gut. Schön. Ja, 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 ja. Das war disgusting. Das war disgusting. Das war disgusting. Let's go! Sepp! Sepp, mein Lieber. Fünf giftige Subs sind nur 20 Euro. Vielen lieben Dank, Sepp. Für die 5, mein Lieber. Und Tofuwerfer, vielen lieben Dank für dein Prime. Heftigster Name bisher heute. Und Foxy, vielen lieben Dank für dein Prime. Nee, Fox, fussel nicht Foxy. Ich nenne dich einfach Foxy. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Let's go. Vielen Dank. Oh, let's go, guys. Noch 80 Subs, hä? Knapp 81. Okay. Freunde. Jetzt entscheidet sich. Rein theoretisch. Wenn wir es jetzt schaffen, Chat. Tapsner. Dankeschön, ne? Für die Prime-Sub. Herzlich willkommen. Wenn wir es jetzt schaffen, Chat. Oder zwei Runden noch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Eine Runde oder zwei Runden noch? Ich glaube, eine. Nee, zwei. Right? Ich hab keine Ahnung. Nach 13 noch einmal was finden. Okay, zwei Runden noch. Okay, was ist hier? Ist hier irgendwas? Vielleicht eine Leiche, die von der Decke hängt? Eine Bombe? Weiß ich nicht. So, Kalle. Willst du irgendwann mal was machen? Willst du mal was machen, Kalle? Hä? So, Bruchtal. Hier geht's gut, hä? Wenn ich das jetzt verkackele, Leute. Ich glaub, dann ist Rage Quit angesagt. Gelato. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime. Herzlich willkommen im Club der geilen Menschen. Danke. Du siehst so tot aus, Bro. Okay. Loved Ones. Max. Easy. Easy, 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 easy. Max, was ist denn mit dir, hä? Hast du irgendwas zu verstecken? Eine Waffe? Pokemana? Der zittert, ne? Der Vogel hat Geräusche gemacht. Der Vogel hat Geräusche gemacht. Okay, wir haben hier das Schild. Warning. Slippery Surface. Manchmal versteckt man, geht man in die Wand, aber... Thank you. Please collect your change. Boah, das ist jetzt... Das ist jetzt scheiße, Chad. Ich glaube, es ist eins. Ich glaube, es ist eins. Was sagt ihr? Guacamole, einmal reicht. Bitte nicht spammen. Es ist eins, oder? Glaub ich. Ich hab jetzt nichts gesehen. Ich hab legit nichts gesehen. Ey, das wär jetzt so scheiße, wenn wir verkacken würden, Chad. Das wär so kacke. Wenn wir jetzt reinhauen würden... Und es stimmt nicht. Muss man rausfinden? Ne, man muss... Einen Fehler entdecken. Kann's vielleicht sein, dass auch mal unter den Bänken oder sowas steht? Weil da haben wir jetzt ja kaum Blick drauf, wenn wir da so vorbeilaufen. Am Ende des Tages ist da irgendwie... Weiß ich nicht. Ich geh jetzt noch einmal ganz an den Anfang. Und wir schauen noch mal ganz kurz hier... Das sieht richtig aus. Okay, ich glaube, wir sind Z, Chad. Ich glaube, uns geht's gut. Ich glaube, eins. Kalle sitzt hier, hat die Zeit seines Lebens. I think... Alter! PUBG 007. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Tier-3-Sub. Kuss Tier-3. Alle dreimal, dass sie maut. Alle dreimal Kuss in den Chat. Für den Tier-3-Sub. Let's fucking go. Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Kuss, kuss, kuss. Kuss, kuss, kuss. Let's fucking go. Ich glaube, wir sind Z, Chad. Ich glaube, wir kommen durch. Was ist der Unterschied zu Tier-3 und Tier-1? Tier-3 ist teurer. Basically. Also, Tier-3 bringt euch gar nichts. Tatsächlich. Basically ist euer Sub-Symbol vor eurem Namen einfach nur nochmal anders, glaube ich. Hat, glaube ich, so kleine Sternchen dran oder so. Mehr aber auch nicht. Okay. Wir gehen durch. Bitte, 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 bitte. Drück die Daumen. Nein, oder? Was war falsch? Was war falsch? Was war falsch? Oh, nein. Hat's irgendwer gesehen? Morderbild war anders. Da war ein Monster drauf. Hat jemand einen Clip? Oh, nein. Hat jemand zufällig einen Clip davon? Du hast nicht in die Kübel links neben der Ausgangstür geschaut? Das kann doch nicht wahrstehen, Digga. Och, nee. Hier war ein Monster drauf? Oder was? Oh, Tapsner, danke für die 5. Fuck. Ich war fast durch. Ich hab schon abgeschlossen mit dem Game. Ich hab schon abgeschlossen. Nee, Bruchteil ist das hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Bro, jetzt muss ich hier alles nochmal machen. Oder was? Okay. Das gibt's doch nicht. Es war der zweite Feuerlöscher. Ja, aber was denn nun? Andere Leute sagen jetzt, es war an der Decke. Dann sagen Leute, das war irgendwann am Feuerlöscher. Entscheidet euch. Fuck, ey. Mehr für uns zum Gucken. Oh, Digga. Tapsner, vielen, vielen. Vielen, vielen lieben Dank für deine 5. 5. 5 gifted Taps. Let's go. Dankeschön. Das war richtig reudig. Wenn jemand einen Clip hat von dem Dings, wo es falsch war, dann sag gerne Bescheid. Fuck, ey, Mann. Das war richtig scheiße, Chad. Wie er hier steht. Das Ding ist, woher weiß ich denn jetzt, woher weiß ich denn jetzt, ob irgendwas anders ist, Digga. Das hat mich jetzt so verunsichert. Ich vertraue mir, ich vertraue jetzt gar nichts mehr. Ich vertraue jetzt gar nicht mehr. Das ist ja jetzt nur scheiße. Fuck. Boah, wir waren, wir waren bei 13. Wir waren bei 13. No. Ich glaube, es ist, so, hier ist so ein Ding, ne? Fuck. Ich muss hier überall reingucken. Ich darf, ich darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht aufhören, hinzugucken. Also, genau. Hier habe ich halt auch nicht reingeguckt. Und hier, und ich habe mir das hier alles gar nicht angeguckt. Let's go. Okay. Wir versuchen das jetzt... Wir versuchen das jetzt zu schaffen, Chad. Okay? So, guck mal. Mordor, easy. 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 Alright. Ich sehe da nix. Hier ist auch nix. Ey, ist das kacke, Chad. Oh, ist das scheiße. Mann. Wir waren so kurz vorm Ziel. Okay, Kalle. Kalle hat zerrissen, Chad. F in den Chad für Kalle. Kalle hat zerrissen. Was soll ich sagen? Give the code no chance. Yep. Easy. Boom, boom, bam. Perl. Oben. Auch einfach. So, was haben wir hier? Tür ist zu. An der Decke sehe ich auch nichts. Das Ding ist mit dunklen Räumen, Chad. Mit dunklen Räumen müsst ihr mir immer ein bisschen helfen. Weil. Ich sehe. Tatsächlich durch die ganzen Lichter, die mich hier anstrahlen. Sehe ich witzigerweise echt wenig. Fucking hell, ey. Kalle ist... Da ist er wieder. Kalle, ne? Du kleine Ratte. Du saßt da eben, ne? Also wirklich. Station 18. Bruchtal. Okay, also. Willst du nochmal am Vogel lutschen, oder was? Nein? Gut. Äh. Anomalie, 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 Anomalie. Let's fucking go. GG's in den Chat. Danke, Mrs. Utilia, für deinen Tier 1 Sub im Voraus für drei Monate. Let's go. Vielen, vielen lieben Dank. Kuss in den Chat. An Mrs. Utili. Ut-ut-ut-utuli. Nix. Wenn da, weißt du, da müsste nur Loch Ness sein, oder so ein Shit. Dann würde ich sagen, easy. RXR407, danke für deinen Prime. Let's fucking go. Danke dir. Willkommen im Club der coolen Jungs. und der coolen Mädchen. Läuft's? Wie geht's dir, Ute? Äh, nee, hier. Wie hieß nochmal? Sibylle. Station 13. Station 13 ist falsch. Station 3, Station 13 ist falsch. Station 13 ist falsch. Station 13 ist falsch. Station 18. Station 18. Let's go. Söööö. GG in den Chat. Oder euren Prime Star. Let's fucking go. Ey, wir kommen aber durch wie Butter gerade, Chat. Wir machen Comeback. Wir bouncen back, sagt man ja so schön. Vielen lieben Dank, Leute. Kalle, alles gut? Ich glaube, Kalle geht's gut. Was ist mit ihm? Ihm geht's. Ihm geht's auch gut. So, was mit ihr? Sie hat den Mund zu. Jetzt ist der Mund auf. Es ist so ein halbes Horrorspiel, ja. Es gibt Horrorelemente. Machst du was an Karneval? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, sie ist normal. Ist hier irgendwas, Chat? Ich sehe nichts. Augen sind nicht zu. Sie hat die Augen gerade aufgerissen. Dominik Kratien. Danke für den Tier 1. Herzlich willkommen, Club. Ebenfalls für drei Monate im Voraus gesappt, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Ehrenmann an Dominik. Ich denke mal, du heißt Dominik. Ich gehe davon jetzt einfach mal aus. Hier ist alles normal. Kuss in den Chat. Let's go. Max steht wie eine Eins hier im Raum. Und ihm geht's auch gut. Schön am Lächeln, der junge Mann. Ist er am Zittern? Ja, natürlich ist er am Zittern. Slippery Surface. Das ist ja ein Hase. Der Hase hoppelt. Ein Hoppelhase. Das ist eine Anomalie. Nix drin. Auch nix drin. Nix. 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 GG's in den Chat, Freunde. Boah, mir ist so warm. Solvay. Guckst du gerade zu? Ich hab so Dursti. Und mir ist so warm. Ich mach mal kurz Klima an. Was möchtest du haben? Boah, irgendwas Arschkaltes wäre richtig geil. Mir ist so warm. Du wirst auch gleich hier reinkommen. Und es ist so heiß hier drin. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Solvay mit GH hinten. Let's go. Es ist wirklich Arsch. Es ist viel zu warm hier. Irgendwas sehr Kaltes. Es kann auch Wasser sein. Einfach Wasser oder so. I don't know. Noch sehe ich nichts, Chat. Easy. Achtung vor der Klimawelle. Es ist warm. Okay, ich glaube, ihr geht's gut. Max, alles in Ordnung bei dir? Was spammt ihr da gerade für Clips rein, Chat? Kalle hat immer Schuhe an. Habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Been there. Done that. For your loved ones. Sieht richtig aus. Geht's ihm gut? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Oder? Dreht er seine Augen nach hinten? Nee, ihm geht's gut. Oh. Oh, was ist das denn? Was ist das denn geiles? Ja, vielen, vielen Dank. Ist warm drin hier, oder? Nee. Nee? Okay, jetzt ist auch schon Klima an. Oh, danke dir. Kennst du die schon? Ja, probier's. Ja, ist geil. Viel Spaß. Danke. Guck mal, Leute. Ich hab hier... Das ist eine Anomalie. Hab ich hier eine Ecke gefunden, ne? Muss ich jetzt Dings drücken? Oh, ist das geil, Chat. Das ist so eine richtige Limetten-Mintz-Limo. Die Tür. Ist die Tür auf? Nee, die Tür ist zu. Welche Tür ist... Ist irgendeine Tür auf? Das sind coole Kollegen. Ja. Also, Solver ist eine coole Kollegin, ja. Aber ist... Also, ne? Wer es nicht wusste, ist auch meine Freundin. Deshalb macht sie das natürlich gerne. Für mich. Ist nicht so, dass ich jetzt einfach irgendwelche... Irgendwelche Kollegen hier... Ich hab so Durst, Solver. Solver ist leer. Solver, mein Getränk ist leer. Ich will mehr noch. Nicole, haben wir Pepsi Max? Okay. Chat, ich glaube, wir haben... Was? Nein, nein, Spaß, Solver. Alles gut. War nur Spaß. Es war nur Späß. Es war nur Sees. Ich glaube, wir haben eins. Oder, Chat? Eins oder zwei? Ich glaube, wir haben eine Eins. Solange du nicht Schüssel rufst. Haha. Schüsse! Ich glaube, es ist eine Eins. Ich glaube, bis hier ist alles gleich. Ich glaube, wir haben keine Anomalien. Ich check jetzt nochmal die Decke final. Ich glaube, Decke ist auch clean. Wir schauen es uns nochmal genauer an. Ich glaube, es ist eins. Automat sieht auch gut aus. Push. Ich glaube, es ist gut. Oder? Ja, Mann. Let's fucking go. Ich habe langsam echt ein bisschen genug davon, muss ich sagen. Die ganze Scheiße hier zu checken. Aber, wir kriegen das schon hin. Ach, Herr, je. Ach, Herr Jemine. Das muss so. Ja, total. Let's go rein in die Acht, Chat. Let's go. Die Acht, die knackt. Die Acht, die knackt, meine Damen und Herren. Ich glaube, hier ist alles safe. 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 So, ich glaube, Bereich 1 ist Clear Chat, oder? Was geht, dickerbummer99? Einmal Hallo an dickerbummer99 im Chat. Einfach nur Hi. Ich glaube, eins ist Clear Chat. Kalle. Kalle. Was geht? Kalle, geht's auch gut? Put him on the news, sir. Ähm. Das sieht auch gut aus. Bruchtal steht. Let's go. Oh. Herje. Was ist denn? Was hast du denn mit deinem Vögelchen gemacht? Der Vogel ist tot. Tja, ist eine weitere Anomalie. Let's go. Der lebt nicht mehr. Der ist down. Bidu, bidu. Kannst du nicht mal mehr reviven. So. Oh. Oh. Alles gut. What the fuck? Das war, glaube ich, die krasseste Anomalie bisher, oder? Ach, du Scheiße. Also zumindest nicht die krasseste, aber die offensichtlichste Anomalie. Wir haben auch, by the way, Chat, wir haben nicht mal die Hälfte gefunden an Anomalien. Nicht einmal die Hälfte. Put him on the loose, sir. Okay. Easy. Wie geht's dir hier? Schöne Schuhe. Okay, der geht wieder zurück. Was ist denn jetzt hier? Hier hatte ich noch gar nichts. Absolut gar nichts hier. Was ist mit dem? Das frage ich mich auch, Chat. Keine Ahnung. Hallo, Kalle. Hallo. Kalle chillt wieder sein Leben, Leute. Hier ist, glaube ich, alles auch normal. Station 18. Easy. Easy. Okay, ich glaube, es ist alles gut, oder? Wir haben's bald. Kalle hat auch noch nichts gemacht. Der hat sich eben aus Versehen einmal aufgehangen, ja. Doch, doch. Der hat sich eben einmal aufgehangen. Aus Versehen, ja. Be fresh. Thank you. Please collect your change. Malziv Zero. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Tier 1-Hub. Herzlich willkommen im Club. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bleibst. Natürlich. Alright. Ich glaube, Chat, das ist eine klassische 1. Ich glaube, hier ist alles fein. Gucken wir jetzt nochmal genauer hin. Ich glaube, das ist eine klassische 1. Ich check nochmal die Decke. Habt ihr recht? Ich check nochmal die Decke. Aber ich glaube, wir haben ein Dings. Das Bild auf dem Automat war, glaube ich, auch richtig. Ich check nochmal alles. Raven. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Tier 1-Hub. Herzlich willkommen im Club. Ich hoffe, du bleibst natürlich auch. Und Dankeschön, Guacamole, für dein Gifted-Hub an die Community. In dem Fall Uita20. Ich glaube, es ist eine 1, Chat. Oh. Besser? Ich glaube, es ist fein. Mülltonne auf dem Gang. Hab ich nicht reingeguckt. Okay, warte. Ich glaube, es ist aber fein, Chat. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Wir gehen durch. Wir machen es so, Chat. Wenn ich nochmal verkacke, endet das YouTube-Video. Okay? Ich kann ja jetzt nicht ewig dieses Spiel spielen, oder? Das wäre ja... Ich glaube, wir kriegen es hin. Diesmal. Ich glaube, wir kriegen es diesmal hin, Chat. Bin ich ehrlich. Grind Prime Time. Dankeschön für deinen Prime. Kuss in den Chat. Herzlich willkommen. Put him on the news. Äh, ja. Alright. Ich glaube, hier ist alles fit. Der Brä, dem geht es nach wie vor nicht gut, aber das ist in Ordnung. War das ein anderer Hund? Nee, das ist derselbe eklige, kleine Racker. Kalle geht es auch fein. Station 18 ist richtig. Dat ist richtig. Ihr geht es gut. Sie hatten, naja, den Umständen entsprechend geht es ihr gut. Hier ist, glaube ich, auch alles fein. Hier ist alles fein. Eldercare for the best years of your loved ones. Auch fein. Wir haben Max. Max hat sich vorhin schon einmal die Stirn eingeschlagen. Alles fein. Alles fein. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Alles in Ordnung, Chat. Guck mal. Ja, ist doch in Ordnung. Ach, du Scheiße. Einfach so ein... Ich wollte gerade sagen auch, ich habe da so hingeguckt, habe mich so gefragt, so, hä? Woher kommt denn dieses Urwaldgeräusch? Und dann ist da einfach so ein riesiges Tarantel. Schlangengeräusche. Ja, kein Plan. Das war halt so urwaldmäßig, ne? Lady Heiner. Danke für dein Tier 1 im dritten Monat. Let's go. Dankeschön. Hallo, Kalle. Na? Kalle geht's wieder gut. Der chillt sein Leben. Boom. Hier geht's, glaube ich, auch gut. Den Umständen entsprechend. Zumindest nichts Neues. Also, sie lutscht zumindest nicht am Vogel. Ich glaube, hier drin ist auch easy. Okay, wir haben hier... Max ist wieder am Lächeln. Dem geht's gut. Was ist das hier? Fresh. Slippery Surface. Alright. Thank you. Please collect your change. Okay. Hier ist alles fein. Block allergies. Zack. Also, mit dem Mülleimern zum Beispiel war noch nicht einmal irgendwas. Ich glaube, Chat... Ich glaube, es ist eine Eins. Wir gucken uns nochmal um. Okay? Im Automaten war eben eine riesige Vogelspinne. Da ist er. Ich dachte gerade ganz kurz, der Vogel macht keine Geräusche. Okay. Ich glaube, es ist eine Eins, Chat. Ich glaube, es ist eine Eins. Die Schuhe von dem Mann, die sind verflucht, weil sie seine Füße da rausgucken. Aber ich glaube, das ist eher ein Spielbag. Oh. Soll weiss save the day, ey. Comes in Clutch mit der Minz-Limetten-Limo. Ich glaube, wir haben nur eins, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir können durchgehen. Ich habe mittlerweile, habe ich wirklich Angst. Mittlerweile habe ich wirklich, wirklich Angst, Chat. Kalles Backenzahn ist anders. Der hatte eine Wurzelbehandlung. Dann würde ich auf zwei gehen. Okay, eins. An die Decke. Habe ich gerade schon geguckt. Ich habe nichts gesehen. Das wäre mir jetzt aufgefallen. Ich habe Angst, Chat. Bilder checken. Habe ich, habe ich, habe ich. Ich bin eigentlich safe. Ich bin eigentlich safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Wir gehen durch. Ha! Noch nicht GG. Noch nicht GG, Chat. Noch nicht GG. Letzter Durchgang. Jetzt eure kleinen Kuller-Augen auf, Chat. Jetzt eure kleinen Kuller-Augen auf. Okay. Easy, easy, easy. Decke. Das Beste, was uns passieren kann, Chat, ist, wenn irgendwas offensichtlich falsch ist. Hier war noch gar nichts. Die Augen vom Mann sind normal. Auch wenn sie verflucht ist, fuck sind. Okay. Kalle ist normal. Schneemann hatte schon immer ein Bart. Station 18. Let's go. Vogel. Sie sieht auch normal aus. Das sieht auch normal aus. Oh, ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss. Okay, Max. Geht's dir gut? Ja, du bist am Lachen, ne? Du kleiner Racker. Du kleiner Racker. G-G-G-G-G-G-Chat. G-Fucking-G-Chat. Das war's. Haben wir's? Let's go. We fucking did it. Let's go. We fucking did it. Oh, yeah. Freunde, das war Project 13. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sowas müssen wir unbedingt mehr spielen. Das war und alles nur wegen der frischen Limo von Solvay. Also for real, wollte ich schon was sagen. Das war richtig, richtig gut. Dry Bread Game Development habt ihr gut gemacht. Das Einzige, was ich an Feedback hätte. An das Team von denen, ne? Äh, hier More options in the in-game menu. Halt die Auflösung einzustellen. Ich habe, glaube ich, auf auf 1080p gezockt, I think. Deshalb, Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Wir sind jetzt noch ein bisschen live und schillen ein bisschen unsere Base. Und falls ihr mich mal live verfolgen wollt, dann kommt doch gerne in meinen Stream und folgt da rein. Dann bekommt ihr auch mit, wenn ich irgendwann mal wieder streame. Die letzten Worte überlasse ich den Twitch-Zuschauern. Die dürfen jetzt noch mal winken oder sich verabschieden, wie auch immer. Und für mich, ich würde jetzt einen Schluck von meiner Limo trinken und dann war es das auch. Letzte Worte, Twitch-Chat. Oh, lecker. Tschüss. Tschüss. Äh, wie Maybe are you done. Tschüss. Sorry. Ich hab'У dir gemacht, Tschüss. Und was Getty yes. Und was du zwischendrin 1919 klatt. Äh, wie hierUM you? Yes, das ist so schön geht.